Hallo und herzlich willkommen. Heute versuche ich auf der Seite von der Maumsseite halt hier, Türen auf zu spielen und es auch zu schaffen. Ich muss kurz... So, das war nämlich ein bisschen zu groß gerade. Los geht's. Oh, es ist vielleicht ein bisschen laut. Ich stelle mal leiser. Oder? Wie laut ist das? Zu laut, glaube ich. Ich muss noch ein bisschen leiser. So, jetzt ist es gut. Nein, noch immer noch nicht. Was, was ich mache, wird das noch ein bisschen runter hier. So. Geht es jetzt? Ja, es geht jetzt. Okay, ich fange nochmal an. Okay. Ah, die Zeitanblende nützt uns nichts. Man sieht da eh nichts. Weil die ist eh nicht wichtig. Die machen es dann so, oder? So, man weiß mal aber, wie lange das Video wird. Weißt du was? Ich brauche noch ein bisschen raus. Äh, das ist nämlich ein bisschen... Ja. So, jetzt müsste es gehen. Jetzt sieht man nämlich das Ganze. Man sieht, es gibt da so animierte Effekte. Hier in diesem Spiel. Und das ist von 2015. Vierter Zinster 2015. Äh, extrem ist ein... Die Säuerung ist immer extrem... Äh, ist ein bisschen schwerfältig. Man bremst sehr schlecht. Und die Musik ist auch jetzt nicht gerade so... ...weck so viel Musik. Aber ich habe es als kleines Kind richtig oft gespielt. Und es war richtig gut eigentlich früher. Level 3. Ich habe mir Level 3 angeschaut. Ich habe es so nicht geschafft. Und der meinte, weil er wäre 100 Euro. Halt. Hältst du den Mund? Doran, der Level 3 ist Doran. Das ist schon das schwerste Level. Ich glaube, an den es mich noch erinnert. Wow. Ich bin jetzt gerade am Aufnehmen. So. Und diesmal habe ich eine Bildschirmaufnahme drin. Ähm, weil... Weil ich konnte... Das gilt nicht als Spiel. In meinem... In OBS. Und deswegen muss ich... Jetzt eine Bildschirmaufnahme machen. Und jetzt sieht man all meine Tabs. Nicht gut. Und ich habe aber keine Lust, meinen Fasslaster auszublicken. Man muss übrigens immer auf diese rollenden Plattform drauf springen. Weil wenn man drauf läuft, fällt man einfach runter. Das ist richtig komisch. Und manchmal auch echt nervig, weil man da durchfällt dann. Mein Back. Der Back, dass die Maus gar nicht springt. Ja. Das macht die... Das macht die nur manchmal würden. Das ist extremst schwer manchmal, die Maus zum Springen zu kommen. Ach, das Wellenbild. Mist. Hab ich auch mal einfach. Ich hab das Level hier schon mal geschafft. Das wird, glaub ich, jetzt Rekordzeit für mich. Bis ich... Ja, Rekordzeit. Letztes Mal hab ich das für drei Minuten gebraucht. Oder zwei. Drei oder zwei Minuten. Drei Minuten hab ich das letzte Mal gebraucht. Ja. Für die Runde. Ja, ich hab zwei Minuten. Das ist nicht geschafft. Komm schon! Manchmal braucht man echt krassen Anlauf zum Springen. Und das ist extremst schwer, also. Mein Rekordzeitohren liegt bei fünf Minuten. Drei Minuten. So. Okay, das ist jetzt ein bisschen laut. Musst du doch leiser stellen. Okay, jetzt müsste es... Oh, jetzt hört man gar nichts mehr. Hört man jetzt wieder was? Jetzt? Ja, jetzt hört man's gut, oder? Als ob es laut ist. Immer noch. So, jetzt müsste es gehen, oder? Ja, jetzt geht es, oder? Boah, wenn es tut mir nicht leid. Ich find's grad im Moment ein bisschen laut. Ja, jetzt geht's. Endlich. Jetzt finde ich's okay, und es müsste auf ne Aufnahme noch zu hören sein. Level 3, oh, was ist da los? Was haben die sich gedacht? Achtung, lang. Ah. Wieso ist denn so ein Bunsenbrenner eigentlich? Achso, die Lampen ist am Brennen. Das ist wie sonst los. Ja, ich hab mich grade eben, als ich's nochmal angespielt hatte, mich selbst Game Over gesetzt, indem ich mich umgefangen hatte. Nichts, nicht gut. Nein! Und ihr seht, manchmal hat man zu viel Anlauf um die, komischerweise. Und die Bauch rum und zu langjagen. Ja, dadurch kann man jetzt, komischerweise, durchspringen. Anders. Und manchmal kann man durch das Brett nicht durchspringen. Richtig nervig. Ja, jetzt kannst du einfach durchlaufen. Schaut, jetzt versuche ich mal, durch das Brett durchzuspringen. Geht's. Falls ich mich jetzt nochmal, ähm, schachmatzeste, wenn ich so ein Brett und eine Kiste, dann werde ich euch unbedingt zeigen, dass man da oben, da bin ich letztes Mal gescheitert. Mein Brett und eine Kiste. Da kommt die Klappe auf. Ja, ich kann nicht hochspringen. Und jetzt kommt das, wo ich gestorben bin. Das Teil bewegt sich und ist extremst schwer, da hochzukommen. So, ähm. Ja, man kann ja nicht durchspringen. Was ist da los? Ja, man kann ja nicht durchspringen. So geht's auf jeden Fall schon mal nicht. Äh, ich glaube, es gibt doch keinen Guide dafür. Wie man das macht. Ja, konnte ich grad nie wieder nicht durchspringen. Ja, manchmal kann man auf solche Sachen nicht hochspringen. Wieso? Nein, Doron, da habe ich mich letztes Mal getötet. Ja, ich muss den in die Mitte schieben. Wie mache ich das jetzt? Hä? Nein, nein, nein! Zumindest habe ich sie nicht weggeschoben. Man kann das Level nicht neu starten. Ich habe verloren. Ich komme nicht hoch. Ich komme nicht hoch. Ich kann eine noch nicht hoch. Was ist das? Du hast es recht, man muss es runterschmeißen. Oh, ich habe mich letztes Mal, habe ich die Kiste so geschoben und ich kann nicht mehr auf. Und dann konnte ich es nicht mehr wegschieben. Ich hatte die Kiste so falsch geschoben. Gut, mein Problem. Mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. Ich habe es nicht mehr wegschoben. Ich habe es nicht mehr wegschoben. Ich habe es nicht mehr wegschoben, weil es nicht mehr wegschoben ist. Dann habe ich es nicht mehr wegschoben. Ich habe es nicht mehr wegschoben. Wie? Ich habe es nicht mehr wegschoben. auch in echt. Das ist so ein Aufzug und der dreht sich immer wieder. Aus dem einen Maus-Spot kennt man den. Gibt es den auch. Mit dem einen Maus-Spot gibt es den auch. Das ist extrem nervig manchmal, diesen Aufzug zu benutzen. Und der Trick ist, wenn man so springt, dann geht das schneller hoch, der Aufzug. Dann kann man jetzt wieder durchspringen. Das ist komisch. Ist egal, Doran. Hauptsache, ich schaffe das Level. Oh, Level 3. Und ihr habt gesehen, wie schwer das war. Was? Was? Ich habe es in 9 Minuten. 21. Merke, ich die Zahl. 9 Minuten 21. Ich versuche es nochmal. Diesmal Highscore. Lol, ich habe es gerade durchgespielt und ich wusste nicht, ich wusste nicht, wann es Ende kommt. Ich dachte, es hat 5 oder 6 Levels. Lol. Ich habe also einen kleinen Bruder wirklich angelogen, weil es hat nur 3, es hat nur 3, 3, 3 Levels. Also, das ist so ein... Ach, scheiße! Na gut, Titi, ähm, 3 Sekunden ab da. Von Gesamtzeit. Von meiner Gesamtzeit. Egal, Hauptsache ich schaffe meinen Rekord. 46 Sekunden für die eine Etage. Das ist schon richtig kurz. Was ich jetzt so gebraucht habe. So, das ist jetzt mein Hasslevel bis jetzt. Also, der schwersten Level, die ich je gesehen habe. Vor allem sind die Glitz... Neben dem dritten ist es das schwerste Level wirklich auch. Der Vorteil ist. Und es ist auch das vorletzte. Ich dachte, die Tür schließen geht es bis zu Level 100 Uhr. Wieso ist eigentlich der Elefant gesucht? Weil er einen Schlüssel geklaut hat? Ja, er hat den Schlüssel von deiner Haustür geklaut. Von der Tür vom WDR-Turm. Warum? Von der... Du hast es bis... Die oberste Tasche ist vom WDR geschafft. Keine Ahnung. Du hast das Hohenturm. Shit, ich muss... Ich muss meinen Rekord... Warum kann ich eigentlich Lamping Runs machen? Damit es eine Herausforderung gibt. Wenn ich einfach durchlaufen muss, so schnell ich kann, dann wäre es ja zu leicht. Nein. Wenn man... Wenn wir einfach so Hindernisse kommen würden, ohne Lamping Runs, weil der Lamping Run ist ein bisschen... So, Ron, es gibt auch andere Mausspiele. Ich werde... Das heißt, ich werde mich nicht nur auf der... Hier drauf schränken, dass ich hier, ähm... das Türen aufspiele. Ja, aber es ist manchmal ein bisschen nervig, wenn der Ding durchspringt kann. Es ist dann Lamping Runs... Ich glaube nicht, dass ich meinen Rekord breche. Auch wenn ich das erste Level eine Rekordzeit abgeschlossen habe, glaube ich. Wahrscheinlich werde ich diesmal auch noch kürzer brauchen, weil ich weiß, wie man es macht. Das ist eine Level da. Das dritte Level? Die Kiste, die eine. Es gibt dann keinen Secret. Weißt du, wie? Was denn? Man kann auch die Farthing einfach von ganz unten drauf springen. Nein, kann man nicht. Man kann da nicht durchspringen. Warum? Ah! Versuch mal, da drauf zu springen. Dorn, das geht nicht. Sonst hätte ich ja längst angewandt. Weil, Dora, ich spiele das, ich spiele das, ähm, an... Ich habe das gespielt, Dorn, als du noch ein paar Monate alt warst. Ein paar Monate machen jetzt auch keine... Dorn, als... Dorn, ich habe das gespielt, Dorn, als du, ähm, zwei Monate alt... äh, als du sechs Monate alt warst. Nein, das geht nicht. Nein, das ist ein kleines Tag. Ich muss es kurz ein bisschen rauszoomen, deswegen... Oh, jetzt tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen klein ist. Oh, nein! Es tut mir, ähm, zieht dann zehn Sekunden. Das war ein Problem. Nein, das geht nicht. Ich spiele das schon länger, als du lebst, Dorn. Dorn, spiel das schon so länger, als du lebst, Dorn. Also sechs Jahre bin ich... Dorn, ich habe das mit vier gespielt. Und jetzt hör auf, sein Alter zu verraten. Das soll auf YouTube kommen, wenn ich das Video... diesen Teil werde ich wahrscheinlich rausschneiden, wenn mein kleiner Bruder so nervig ist. Ignoriert ihn einfach mal, der nervt einfach schon. Er versucht mir Tipps zu geben, wobei ich alle Secrets in diesem Game kenne. Ich kenne, ich weiß... Ich halte den Keyword in den Kadern, wo du hinspringen musst. Was du machen sollst. Du kanntest das dritte Level nämlich nicht. Ja, das dritte Level... Dorn, man kann auch was vergessen haben, wenn man das jetzt mal vor... zehn Monaten, vor einem Jahr gespielt hat. Dann hieß, Du hast gesagt, auf ein kleinem Tag, dass ich... dass ich... dass ich... dass ich... dass ich so kurze Zeit vergessen habe. Aha. Dorn, ich spiele wirklich schon länger, als du lebst. Dorn, das Spiel ist von 2015. Als du sechs Monate alt warst, Dorn, habe ich angefangen, dieses Spiel... wurde das Spiel hochgeladen auf der Maus-Website. Ich muss mich langsam beeilen, sonst kriege ich nie in meinen Rekord. Oh, das... Oh nein, das... Na gut, ich kann es schon mal zum Rekord Tschüss sagen. Doch, weil du jetzt ruhig bist. Gleich wähle ich die Aufnahmen und lösche die. solange du hier noch sitzt. Du nervst nämlich, während ich spiele. Loll, 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 Loll. Guck mal, ich kann da nicht aufspringen. Faltgeräte, da lassen mich nicht durch. Hast du schon mal versucht, so rein, durch ein Skateboard zu springen? Wahrscheinlich nicht. Faltgeräte, der Maus steht da. Zumindest bin ich nicht bei dem nervigen Aufzug gelandet. Sondern nur bei dem Aufzug. Der nervige Aufzug ist nämlich echt nonsinnig. Warte braucht nur drei Jahre. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Und wenn die Maus runterfällt, dann dauert es drei Jahre. Ha, ha, ha. Ja, und wenn die Maus runterfällt, dann dauert es sieben Jahre. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hey, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Das Spiel wollte mich einfach nur hassen. Was ist, wenn es schon tot ist? Ha? Stört. Dumm. Bam. Was ist, wenn das Spiel mich schon hasst? Weil ich in neun Minuten auf den... Ja, gut, Dorn. Ich sag tschüss zum Rekord. Ja, in zwei Minuten kannst du das ganz gut nicht mehr sagen. Ja, ja, ja. Neun Minuten und 21. Ihr wisst noch? Seht ihr mal, wie viel ich schon hab? Boah, ich will jetzt mal in 30 Sekunden schaffen. Ist nicht möglich. Ist nicht möglich, aber so rede ich irgendwie zu viel. Ich verpasse da beiden Aufz... Ey, der Aufzug mobbt mich. Ja, zu... Hallo? Ich bin in einem pinken Aufzug vorbeigesprungen. schon mal von ihm gehört. Wahrscheinlich... Wahrscheinlich ist der Aufzug so nervig, dass man ihn übersieht und vergisst... Ich geb's auf. Rekord ist weg. Mal schauen, wie schnell ich's diesmal schaffe und was meine Fehler waren. Ich werd mir jetzt beim Video-Replay ansehen. werd ich's ans sehen, was ich vor, ich die Fehler gemacht hab. Alter, du schaffst das never ever, Alter! Acht Minuten für dieses eine fucking schlechte Level hier! da das alles gibt... Acht, du sagst das jetzt nicht ganz... Ja, du kannst du deinen Rekord nicht sagen. Wenigstens habe ich es diesmal nicht am gleichen Level kaputt gemacht. Am Level, ich kann nicht durchspringen. Wieso zu... Heute kann ich nicht diese Stufe hochspringen. Wenn ich es jetzt schneller als jemand zuvor schaffe, dann ist es ja unendlich. Ja, vielleicht schaffe ich es aber diesmal, dieses Level mal schnell. Wo ich letztes Mal 50 Tage brauch habe. Soll. Aber gut, wenigstens fahre ich währenddessen runter. Jo, Jo, Aufzug ist gekommen. Aufzug mag... Der Aufzug mag mich. Wenn es ein Millimeter runterfällt. Wenn ich da runterfällt, tut er ein anderer Aufzug. Schön, schön. Danke. Ich auch jetzt. Hopp. Ich denke, ich kann... Sag mal, kleinen Bruder... Ignoriert meinen kleinen Bruder. Der ist einfach nur nervig. Und wieso lässt sich denn eigentlich meine Aufnahmen hier sitzen? Ich muss das auch echt dafür sorgen, dass er nicht aufhört, mir reinzureden. Doch, dieses Game hast du nicht. 20 Minuten. Gut. Dieses Vergleich. 11 Minuten 25. 11 Minuten 9 Minuten 11. Ich habe länger gebraucht diesmal. 2 Minuten. 2 Minuten 14. 2 Minuten 14. Habe ich länger gebraucht. So, dann schauen wir mal, welches Spiel ich noch finde. Was ich nicht auch kenne. Das heißt, es ist gerade eigentlich... Alte Spiele, die ich damals gespielt habe. Oh, Seifenkisten. Ich bin gegen den Baum gefahren. Okay, doch. Guck mal, das ist auch aus deinem... So, und das wurde... Das ist auch 2015. Level 2. Level 2. Level 2. Level 2. Level 2. Level 2. Level 4. Level 3. Nur, fass wir vornehmen, den Elefanten. Der macht sich bei mich lustig! Der Elefant! Ne, Punkte! Ich hab nur noch ein Leben. Was? Ach, ne. Ist so schwer, dieses Spiel, mein Gott. Aber... Und ich mach jetzt Punkte. Ich bin an der Schnabel! Ich bin an seinen Russen gekommen. Hallo? Ich bin über seinen Russen gefahren! Der Russen, der hat keinen Russen mehr haben können. Ja. Ich bin an seinen Russen gekommen. Hallo? Ich bin über seinen Russen gefahren. wie an einem Elefantenrüssel Sind Elefantenrüssel seit Moltener Stein? Das ist nicht logisch TANNEN Man, das ist jedes Mal schwerer! Wir sind jetzt Level 3 Ich glaub, die Level sind immer gleich gleich aufgebracht Hallo, ich bin immer gegen den Russel gefahren Die Blumen machen mir nix so rein. 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 Ich bin dabei. Mit drei Leben bohren. Ich habe maximale Lebensanfall. Quats. Quats. Okay. Okay. Quats. Die Instabilität ist eigentlich hier zu laufen. Wieso hältst du es so aus, dass ich da runterfahre? Quats. Was denn? Es hält es so aus, gegen den Hang zu fahren. Gegen den Hang runterzufahren. Ein Leben verloren, 13 Punkte. Ich bin gerade mit dem Reißen durch den Baumstamm gefahren. Quats. Oh nein. Diese Mausspiele sind echt alt. Und es gibt da kein Entkommen. Aus diesem Loch gab es kein Entkommen. Ich bin falsch gefahren. Die Navi hat gestimmt. War ein Spinn. Wo bin ich dagegen gefahren? Ich habe nichts gesehen. Ich bin einfach nur trösten. So, ähm, schauen wir mal. Also, ich habe das Spiel nicht... Was müssen wir machen? Ich bin so gut. Er ist gerade rausgekommen. Er ist gerade rausgekommen. Ich mache Puket. Ich mache Puket. Nein, nein, ich bin zwar... Ich habe vier jetzt killed. Kills, sage ich schon. Wie aus Minecraft. Ja, oder neben. Hey, mich triffst du nicht. Nein. Ich bin gerade durch den Schneeball. Ich traf nie. Wartenswunfer. Nein. Und da an der Seite siehst du meins. Siehst du meins kill? Ich bin die grüne Mütze. Die anderen da sind... Sind meine. Sind an... Das Gegner... Sind die anderen. Scheiße. Ich habe ein kleines Problem. Gleich habe ich keine Schneeballe mehr. Was? Drei. Nein. Ich habe Haufen drei. Ich bin bei Haufen drei. Jetzt werfen die gleichzeitig was? Alter. Oh, wenn die benommen sind, kann man sie immer wieder treffen. Geil. Mein Gott wird getroffen. Einmal. Einmal getroffen. Dafür habe ich sie. Na, hehehe. Zweimal. Ich habe nur noch einen Schneeball. Das sitzt. Ich habe ein Leben überlegt. Na, ne, 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 ne. Oh, das ist ein bisschen zu blöd wie mein Finger. Gerade. Rodeln. Das ist doch was. Ah. Ich hasse diese Perfektion hinterm Grunde. Ist es nicht das gleiche? Dass ich diesmal Stern sammeln muss. Ja. Und dass ich Samson ausweiche. Was? Gut. Gute Animation. Gute Animation. Gute Animation. Ich komme da durch. Ich muss das nicht mehr. Mooon. Ihr könnt es ja auch nicht auf den Zeitraum sehen, wie ich es nicht hinkriege. Das ist extremst schwer. Und ihr werdet sich nicht denken, der hat doch gar nichts berührt. Aber da muss man nix in Zeitraum. Ja, ich wollte einen Stern haben. Man sollte einfach aufhören, zu bewegen mich. Nur wenn nötig ist. Ich lebe halt auch nur so. Keine Bock. Ich hab keinen Bock mehr. Seifenkiste? Hä? Es geht... Oh, Skateboard. Ja, ich teste jetzt mal alle Spiele. weil ich dich nennen. Sliden wie Sliden, Mann! Die Sterne, ja. Das war ein richtig stylisches, ich falle hin. Keine Ahnung, weiß nicht mehr. Ah, wir schauen mal, ich habe genau gleich viele Sterne wie Leben. Wann kommt eigentlich nicht eine Rampe? Level 2, jetzt wird es schwer. Was? Ist das die Strat? Hin und her, einfach in der Mitte bleiben? Nein! Jo! Wo ist das? Wo ist das? Ja, ich bin einfach über den Ende ins Geflogen. Wenn ich jetzt diesmal schaffe? Ich bin insane. Oh, ich brauche noch extra Leben wieder. Ich brauche noch eine Rampe. Hoffentlich kommt bald... Ah! Also so würde ich gerne mal hinfallen. Mal kommt die Rampe. Mal kommt eine Rampe. Oh nein. Ja, hoffentlich bald! Ist die Musik zu laut? Oh nein, ich hab nur mein Leben! Jetzt heißt es ganz gut fahren. Ach so. Man, über manche Hindernisse kann man so rüberspringen. Über diese Steine kann man so rüberspringen. Okay. Doch der Gully ist auch ein Hindernis. Äh, wie slidet man? Null Sliders. Oh, ich weiß wie man slidet. Was? Ich dachte nur, du musst da drüber fahren. Ich dachte nur, weil du ein Wind verloren hast. Welche Maus? Die Maus auf dem Bildschirm? Jo! Das ist mit Sliden gemein. Cool. Doppel, doppel drehen. Ich will eine Rampe sehen. Es gibt keine. Es gibt eine Rampe. Ich habe das gehört. Es steht Neville. Was steht da drin? Als ob Lai Slides... Lass mal so... Ich habe gerade irgendwie eine Fahrt raufgesprungen. Oh, endlich die Rampe gesehen. Oh, endlich die Rampe gesehen. Ich habe es wieder ausgegrübscht. Ich bin richtig fern von Sliden. Wieso? Ich habe es verstanden. Ich muss Sliden lernen. Ich will Sliden. Slippen. Das ist nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Boah, das klingt gerade nicht gut. Die fahren doch auch mit. Okay, ich habe gesehen, es geht. Auf jeden Fall gibt es rein. Ich weiß, wie man es ladet. Wieso? Nein, der ist einfach so nett. Das ist nicht nett. Wie kann ich nicht zu erorable sein? Nein, das klingt nicht nett. Das klingt nicht nett. Dann sieht bald ich so kompl��. Man kann nur auf dem Seite nicht teilen. Dasig. Das klingt nicht nett. Das kann ich nicht tun. Nein. Nein, da kommt die Ente und Elefanten zu damit nicht ausweichen. Ja, aber... Alter, ich werde fast auf die Bananen fahren. Aber wenn du die Ente... Ich persönlich kann nicht... Ich persönlich kann nicht Skateboarden. Ich lege immer so drauf wie die Ente. Du bist mal ruhig, das ist mein... Das ist mein... Ich hab das... Ich bin doch auf den Stern gewandert. Das Einzige, was der Stein mir gebracht hat, war... War ein Sternchen mit dem Kopf. Kriege ich es hin zu sliden? Ich bin doch nicht mal dagegen gefangen! Jetzt könnt ihr euch eine Zeitlupe ansehen! Ihr werdet sehen, dass ich ein... Nicht so ein Spiel habe! Na gut, schauen wir mal, ob ich ein anderes Spiel noch kann. Ich bin... ...kenne! Skateboards ist... ...cool! Ja, äh... Oh nein! Please no! Oh nein! So, das bin ich richtig schlecht! Aber ich mach's jetzt! Für... Für die Community! Ich mach's jetzt nicht so viel! Was denn? Ach... Karten! Nein! Fünfter! Mh... Oh nein! Ich bin sowas richtig schlecht! Ähm... Ich brauche... ...gut! Mit dem gleichen Hintergrund, oder wie? Ich hab's jetzt mal geschehen! Fünftausend Punkte Oh nein, noch mal, hundert Das Level ist unmöglich Ich bin aufgefallen, dass immer die gleiche Formation ist Habt ihr sehen? Ein immer eine andere Formation hat er Loll Loll k k der schaffte etwas k 120 Sekunden Zeit k es kann passieren dass sie unmöglich werden Ähm, manchmal weil das, weil sie halt falsch liegen. Oh, ich hab' den Level geschafft. Oh, Glück. Ich benötige 5.000 Punkte. Das wird dir immer schwerer. Was ist der Glück? Jetzt hab' ich 100... Hab' ich voll wenig Zeit. Das ist ja fast unmöglich manchmal. Oh, über eine Minute. Zwei Minuten hast du Zeit. Komm, geh auf, Karl. Eine Minute, Doran. Eine Minute. Loll. Eine Minute. Seht irgendwer, irgend... Sieht's... Wie könnte ich das übersehen? Nein, jetzt geht's da nicht hin. Ah, da geht's. Da! Da war's ganz kurz am Aufblinken. Da war's ganz kurz am Aufblinken. Und dann war's weg. Weil du draufgeklickst. Da drauf. Ah, wusste ich's doch. Kleiner Heck. Dann läuft weg. Dann läuft weg. Alter. Man hat dann für nur eine Minute Zeit. Alter, die Zeit läuft! Und eine Sekunde mehr. Alter. Jetzt können die dir mal nichts. Und die Lehrer... Level werden immer schwerer. Immer besser. Da! Oben! Oh! Level geschafft! Ich hab noch ein 5. Alter! Da! Da! Ah! Ah! Was haltest du jetzt? Double. Ähm... Weiß ich grad nicht, weil ich hab's nicht gesehen, weil ich zu spät geschaut und versehentlich geklickt. Da! Bei den Nähplanken! Die Flele flanken! Die Flele flanken! Die Flele flanken! Die Flele flanken! Oh! Das tut manchmal echt gut so schnell. Sind die Blut ein Bonus? Ja, das ist so ne Art Bonus toll. Ah! Den man mehrmals benutzen kann? Ne, nur ein... Der ist so schnell! Sky! Sie sind dun! Wunsch! WLAN! WLAN, sondern du? Ähm... Duoa. Leute, ich hatte gerade zweimal Luftballon. Double-Luft-Bloon! Blumen? Ja, Double-Luft-Bloon. Ah, endlich. Jetzt, mein kleiner Bruder ist weg. Ganz kurz, weil einem großen Bruder irgendwas sagen würde. Ähm... Ich brauche 6.000 Punkte. Was? Oh, das ist so schwer. Wie lange geht es? 100 Sekunden nur! Weil ich mir auch noch ein kleines. Danke ich nicht. Ähm... Ha! Mein Text ist voll Sterbedarf. Ich spiele dann für 7.000, ich brauche 7.000 Punkte. Ähm... Hilfe! Ich bin genau vor deinem Ausdecker gekommen. Wieso komm ich immer so nah? Machst du mal kurz weiter für mich? Ich seh was. Mein Auto ist jetzt auch... Wär es auch umgehen gewesen. Ähm... Warte... Da... Da... Er sterbt. Er wird sterben. Ich? Ja, du... Ich werde es nicht schaffen. Ja? Ja, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Ganz wenig, nur noch... Einweichen, deine Zeit ist noch schon weg. Oh nein. Oh nein. Mein großer Bruder will, dass ich die Aufnahme beende. Weiß nicht. Ja! Boah! Boah! Double Luft. Da! Blums! Wieso kommen mir die Blums so oft? Vielleicht spielen wir Blums, oder kann es eigentlich? Gut. Deine... Deine Zeit läuft ab. Du hast nur noch einmal einen weiten Zeit. Mh... Schlimm. Ein... Keinen mehr. Noch noch ein bisschen... Okay, und jetzt sag ich... Tschüß! Und so, wir haben weitere Videos von Red TV an! Hey! So, und jetzt... Jetzt wirklich Tschüß! Ich habe vergessen, mein Startbildschirm reinzumachen und... Hey, da heißt der!